Ich habe Kunden, die warten seit Jahren darauf, dass sie 1000 Euro Förderung kriegen und haben einfach jedes Jahr 800er Versammteil zugespart. Du, ich sag, wann rentiert sie das, ist das unmöglich echt. Schau mal, die leuchtet immer, das ist ja echt nicht schlecht. Alle rentierten Freunde lachen eben deswegen aus. Wir stinken mit Koks und Kohle, die Landschaft vor jedem Haus. Und die rentierten Freunde mit Ölgas und mit Atom robben uns unsere Freiheit, verkaufen kein Sauberstrom. Und alles dann herrlich und kommt, spricht's dir bei Nachts an. Ruhnt euch mit dem Sonnenlicht für uns aus dem Nebel dicht. Und die rentierten Freunde, steunern jetzt echt nicht schlecht. Die Sonne scheint immer und für alle. Und das rentiert sie echt. Ja, 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 ja. Applaus Ja, 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 ja.